Ich glaube, dass die aktuelle Phase für einige Halter wirklich schwierig sein kann und einige Nerven erfordert und zum Teil auch wirklich ekelhaft werden kann. Denn der Bitcoin zeigt aktuelle Schwäche und wir waren kurzzeitig sogar unter den 60.000 US-Dollar. Daraufhin blutet der Markt natürlich und einige Altcoins hat es auf der Wochenansicht wirklich getroffen und wenige Kryptowährungen sind hier wirklich im Plus. Und ich merke es auch schon immer und immer wieder in den Kommentaren, beispielsweise hier, es wird Großes kommen, wann denn endlich? Oder aber auch wenn man ganz unaufgeregt über die Marktphase erzählt, dann kommen aber auch wieder Kommentare, sobald der Markt die ersten Anzeichen dafür gibt, dass es eben weiter nach unten geht. Leider fällt das meiste gerade wieder oder hier und jetzt fällt es noch härter. Deswegen besprechen wir auch heute nochmal den Markt, wie ich die Kryptowährung behandle, wie ich jetzt vorgehe, denn ich glaube schon, dass man einige fundamentale Fehler machen kann. Und wir schauen generell mal auf die News. Wirklich spannende Zeiten, genau deswegen auch heute wieder ein Marktupdate. Erstmal freut es mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Bevor wir rein starten, ich würde mich natürlich über den Support freuen, deswegen lasst mir gerne ein Like da. Somit hilft dir den Algorithmus, das mehreren Personen auszutragen. Natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten starten wir auch gleich mal rein nach dem Disclaimer. Und was mir persönlich immer und immer wieder auffällt, sind die panischen Investoren. Und da kommt es mir manchmal so rüber, als würde man den Kryptomarkt noch nicht ganz so verstanden haben. Und das lese ich auch wirklich fast täglich. Und das zeigt mir einfach wieder auf, wie wenig Geduld hier von vielen Investoren an den Tag gelegt wird. Es ist wirklich unfassbar. Denn das große Bitcoin-Having steht vor der Tür nur noch zwei Tage und acht Stunden. Warum ist es jetzt so volatil? Müsste das nicht ein historisches Ereignis sein? Müsste das nicht gefeiert werden mit Kursexplosion? Nein, so ist es natürlich nicht. Das Halving ist natürlich fundamental stark. Das kann man nicht abstreiten. Der Effekt des Halvings nimmt aber pro Halving ab. Da es sich immer halbiert, halbiert und halbiert. Und sozusagen ist pro Halving die Halbierung natürlich deswegen auch nicht mehr so stark. Aber was gleich bleibt, ist folgendes. Die Volatilität ist sehr hoch. Und wenn wir von einer hohen Volatilität sprechen, was meinen wir denn damit? Da meinen wir genau das, ein Auf und Ab, richtige Rollercoaster hier im Kryptomarkt. Bitcoin crasht, Bitcoin geht wieder nach oben, Bitcoin korrigiert wieder, Bitcoin zeigt wieder hier etwas Stärke und fällt danach wieder richtig ab. Geht wieder leicht nach oben und crasht unter die 60.000 US-Dollar. Und das ist einfach normal in dieser Phase. Und ich habe wirklich das Gefühl, als würden Personen das nicht wirklich begreifen können. Denn Krypto ist immer noch ein riskanter Markt, ein volatiler Markt, wo man natürlich extrem viel Geld mit machen kann. Und das eigentlich auch sehr simpel, indem man einfach vertraut. Seine Assets auch länger als eine Woche hält beispielsweise. Aber die Stimmung, die ich hier sehe, das gleicht wirklich dem Bärenmarkt. Jetzt wären wir jetzt schon seit 3, 4, 5 Monaten im Bärenmarkt. Und die einzige Erklärung, die ich dafür eigentlich habe, ist folgende. Wir haben sehr viele neue, sehr viele frische, sehr viele junge Investoren mit dabei. Genau deswegen sind diese Videos meiner Meinung nach natürlich auch sehr wichtig. Und ich habe euch da mal einen Tweet rausgesucht. Und zwar sehen wir hier den 2017 Bullenmarkt, beziehungsweise auch den Bull Run. Und wenn wir hier mal auf das Bild draufklicken, da sehen wir, dass wir nach den gesamten Anstiegen auch immer starke Korrekturen hatten. Minus 38%, minus 38%, nachdem wir angestiegen sind, minus 33%, nachdem wir angestiegen sind. Und so geht es weiter. Minus 38%, minus 36%, minus 29%. Bis man dann auch wieder hier in den Bärenmarkt gekommen ist, beziehungsweise bis hier auch eine wirklich lange Korrektur gekommen ist. Aber wir sehen es nach der Korrektur, hat der Markt eben die Möglichkeit aufzuatmen, durchzupushen. Und das ist auch immens wichtig, weil ein Markt kann nicht einfach nur schnurstracks nach oben gehen. Man braucht Pullbacks, man braucht auch mal eine entspanntere Zeit. Man braucht Kurse, die korrigieren können. Denn ohne diese Korrekturen haben Kurse keine Möglichkeit zu wachsen. Und das ist eben genau das, was wir jetzt sehen. Und ich kann es hier auch zum Teil verstehen, wenn man hier wirklich ganz frisch mit drin ist im Kryptomarkt. Und wir sehen, wir sind wirklich nur nach oben gegangen. Oder selbst wenn wir hier zum Anfang des Januars gehen, wann haben wir denn hier mal eine große Korrektur gesehen? Die einzige große Korrektur, die wir hatten, war beispielsweise hier vom Juni 30k bis hin zum Oktober zu 26k. Was ist das denn für eine Korrektur? Es war einfach nur eine langweilige Seitwärtsphase. Aber keine Kurse, die extrem eingebrochen sind. Warum? Das zeigt sich auch insbesondere bei den Altcoins. Und warum war die Panik da nicht so groß? Die Altcoins waren zu dem Zeitpunkt noch alle am Boden. Tau, Bitensor Tau, eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da waren wir bei 50 Dollar, bei 72 Dollar. Aber wir waren jetzt nicht irgendwie auf einer extremen Durststrecke. So wie wir es eben aktuell hier mit den ganzen Krypto, beziehungsweise insbesondere auch mit den Altcoins hier sehen. Und genau deswegen ist das eben so diese einleitende Phase, insbesondere wenn sie noch weiter geht. Dann kann das einige Investoren wirklich zu Fall bringen. Und einige haben ja auch schon hier ordentlich abverkauft. Der Fairness halber muss ich aber auch dazu sagen, es kann sinnbildlich natürlich verwendet werden. Also der Bitcoin Run in 2017. Aber es war auch eine komplett andere Zeit. Da hatten wir viel weniger Market Cap. Deswegen war der Bitcoin generell noch volatiler. Also auf so eine Talfahrt, da müssen wir uns eigentlich nicht wirklich darauf einstellen. Aber es dient hier sehr gut der Versinnbildlichung, dass diese Anstiege eben nur entstanden sind oder gerade deswegen entstanden sind, weil wir hier ordentlich korrigiert sind. Und das ist eben auch die Möglichkeit, ordentlich zu akkumulieren. Es kann wirklich so einfach sein, aber wenn zu viel Emotionen mit reinspielen, dann ist das Ganze natürlich kritisch und dann kann man seinem Fahrplan nicht mehr folgen. Und da ich auch öfter mal von einem Fahrplan geredet habe, folgender Punkt. Ja, wenn man wirklich Panik hat, wenn man Angst hat, dass die Altcoins noch weiter fallen, dann ist das okay. So, dass man seine Emotionen zu 100% aus dem Markt lassen kann. Ich denke mal, das ist nicht möglich. Für die einen etwas besser, für die anderen weniger, aber wir verstehen den Punkt. Aber, falls man eben diese Angst verspürt und man ist sich wirklich unklar, okay, wie geht es jetzt weiter, dann verschärft euch wirklich. Entweder nur auf den Bitcoin oder verschärft euch auf die Altcoins, wo ihr wirklich das Potenzial drin seht. Bei mir ist es Bitensor, bei einer Kryptowährung, wo ich sage, hier nutze ich meine Chancen und dann lasst die ganz kleinen Small Caps weg. Dann lasst diese Micro Caps weg. Die sind wirklich hochvolatil, riskant und da kann man nochmal weniger planen. Dann bleibt eben bei den großen Altcoins. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu investieren, aber Panik habt, dann würde ich mich persönlich natürlich sicherer fühlen, auch in Altcoins zu investieren. Wo man sich erstens mit auseinandergesetzt hat, wo man weiß, was für ein Fundament dahinter steckt. Eine Kryptowährung, wo man auch lange auf den Chart geschaut hat, wo man auch ganz genau weiß, okay, das sind meine Einkaufsgelegenheiten. Beziehungsweise hier würde ich weiter nachakkumulieren. Und dann fokussiert euch eben auf die sicheren Kryptowährungen, beziehungsweise auf die, wo ihr wirkliches Vertrauen drin habt und wo ihr auch weiterhin Research betreibt. Und falls du noch nach einer Top-Kryptobörse suchst, dann check gerne BingX aus. Es ist eine sehr einfach zu benutzende und sehr sichere Kryptobörse. Zudem auch für Trader sehr interessant und wir haben eine einfache Benutzeroberfläche. Zudem haben wir eine große Auswahl an Kryptowährungen und Zugang zu vielen Kryptowährungen, die es nicht auf jeder Börse gibt. Also falls du Interesse an der Kryptobörse haben solltest, check gerne den Link in der Videobeschreibung aus. Somit kannst du nämlich auch eine Boni von bis zu 5000 USDT sichern. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du natürlich auch hier auf meinem Kanal. Somit hast du auch die Möglichkeit, mich kostenfrei zu unterstützen. Also auch vielen Dank hier an jeden Einzelnen. Und für mich gibt es keinen Grund zur Panik, zumindest aktuell nicht. Man sollte natürlich konditionell sich verhalten. Das heißt, falls wir irgendwelche Faktoren haben, die wirklich langfristig schwerwiegend sind und sich diese Faktoren auch bewahrheiten, dann bringt es nichts weiterhin bullisch zu sein und an seinem bullischen Sentiment da festzuhalten, was vor einem Monat oder vor drei Monaten da war. Das ergibt keinen Sinn an. Das möchte ich auch hier nicht vermitteln. Ich möchte aber sagen, dass man wirklich versucht, rational an die Sache heranzugehen. Und wenn ich mir das schaue, das Halving steht wirklich vor der Tür. Nach dem Halving war es immer so. Da sind wir ordentlich explodiert. Es kann natürlich auch sein, dass wir uns trotzdem drei bis vier Monate lang seitwärts bewegen und den Halving-Effekt absprechen werden. Und genau dann geht es nach oben. Da kann so vieles passieren. Aber aus dem Markt rauszugehen ist nicht meine Option. Und wenn wir auch mal weiterschauen. Ja, das Sentiment von Krypto, das Sentiment von Bitcoin, das ist so gut. Hongkong plant Einführungen von Bitcoin-Spot-ETFs noch diesen Monat. Die wurden ja genehmigt und die Einführung, die lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Der April, wir sind am 15. Also die Hälfte des Monats ist schon zu Ende. Und Ende April soll das Ganze schon an den Markt gehen. Und das wird nochmal neue Investoren reinbringen. Mehr TradeFi, nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und das ist langfristig, aber auch kurzfristig, mittelfristig super für den Bitcoin und somit natürlich auch für den Kryptomarkt. Und was mir auch ganz wichtig ist, hier nochmal mitzuteilen, wenn wir uns mal den Kommentar von Andreas durchlesen. Und jetzt fällt es noch härter. Alle YouTuber sind eigentlich für den Arsch. Alle. Am Ende kommt es sowieso immer ganz anders. Dieses ganze Gelaber ist sowas von sinnlos. Und wenn das seine Meinung ist, dann ist es vollkommen okay. Dann frage ich mich aber, warum du jetzt noch auf YouTube bist. Warum du dir Finanzvideos anschaust. Wenn du davon überhaupt nicht überzeugt bist, dann mach dein eigenes Ding. Gar kein Problem. Aber sich deswegen aufzuregen ist natürlich auch schwierig. Und wie gesagt, ich finde persönlich, man sieht das anhand solcher Kommentare. Man ist wirklich emotionsgeladen. Und schauen wir mal auf den Chart. Also wo fällt denn hier immer alles immer härter und härter? Der Boden bei BitTensor Tower war beispielsweise hier vor kurzem am 15. Januar bei 29 bzw. bei 229 US-Dollar. Gehen wir auf den Oktober. Da war der Boden hier ungefähr bei 85 US-Dollar. Dann waren wir bei 63 US-Dollar. Auch bei 50. Und auch bevor die Rakete gestartet ist, sogar unter 50 US-Dollar. Also wenn man das große Ganze betrachtet, ist wie gesagt eigentlich nicht viel passiert, außer dass eine nette Korrektur gekommen ist. Und diese heiße ich natürlich sehr willkommen. Aber was auch ganz wichtig ist, dass man hinter seinem Projekt steht. Sei es der Bitcoin, sei es irgendein Altcoin. Und dass man auch ganz genau weiß, was die Vorteile sind bzw. warum das Asset so stark ist. Genau deswegen finde ich es mal persönlich sehr wichtig, wenn man sich mit seiner Kryptowährung auseinandergesetzt hat. Wenn man auch weiterhin Research betreibt und nicht nur YouTube-Videos schaut beispielsweise. Sondern auch eben Eigeninitiative zeigt. Und ich möchte euch mal was zeigen anhand eines aktuellen Beispieles bzw. anhand von aktuellen Ereignissen. Und zwar Dubai. Ihr seht, was hier passiert ist. Ein Naturereignis. Es regnet in Dubai. Ja, so einfach gesagt. Natürlich Sturm, natürlich Unwetter. Und die gesamten Autos sind hier unter Wasser. Wir gehen mal weiter. Da sehen wir, wie krass das aussieht. Und wir sehen, wie viel Schaden das tatsächlich anrichtet. Und ich meine, wer hier in der Wüste sich gegen Wasser absichert, das ist doch wirklich komisch. Das macht kaum jemand. Genau deswegen entsteht hier so ein Riesenschaden. Oder aber auch beispielsweise der Dubai Airport. Wenn wir uns das Video mal anschauen, das Ganze sieht nicht sonderlich angenehm aus. Da kann bestimmt auch vieles schief gehen. Und worauf möchte ich hinaus? Immobilien, Autos, irgendwelche Wertgegenstände. Viele denken ja auch immer, eine Immobilie ist das sicherste auf der Welt. Aber wir sehen ja, kommt ein Erdbeben, bist du dagegen nicht geschützt, ist deine Immobilie kaputt. Kommt in Dubai ein Unwetter, ein Riesen-Regenschauer, was sehr unwahrscheinlich ist, aber trotzdem passieren kann, dann hast du Unmengen an Geld verloren. Und jetzt gehen wir mal auf den Bitcoin. Wie ist es beim Bitcoin? Was kann dem Bitcoin wirklich schaden? Kann dem ein Unwetter eigenes schaden? Nicht wirklich. Kann dem Bitcoin ein Erdbeben schaden? Nicht wirklich. Und für mich ist Bitcoin deswegen so unglaublich undervalued, beziehungsweise auch so eine solide und starke Anlageklasse, einfach aus genau diesen Gründen. Und für mich, und das ist meine eigene Meinung, das darf natürlich auch jeder selber entscheiden, was seine Meinung ist. Aber ich finde, genau deswegen ist der Bitcoin unglaublich sicher als Anlageklasse. Natürlich, wenn man ihn langfristig hält, weil die Volatilität, das ist beim Bitcoin gang und gäbe. Insbesondere in so einer Zeit wie bei diesem Bitcoin-Having. Und falls du noch nach einer soliden Börse suchst, wo man eigentlich eine bunte Palette von Altcoins bekommen kann, dann check gerne BingXer aus. Ich persönlich finde die Phase unglaublich spannend. Es freut mich sogar, wenn wir weiter nach unten fallen. Dann werden meine Limit Orders ausgelöst, ganz rational. Und dieses Video wird auch noch kommen. Das versuche ich noch diese Woche hochzuladen. Das heißt, wenn du das nicht verpassen möchtest und noch kein Teil der Community bist, dann hol das schleunigst nach. Gerne ein Abo da lasst, noch gerne die Glocke aktivieren. Somit verpasst du genau diese Videos nicht. Und ich möchte auch noch ein Video drehen, wo wir ganz genau auf die Probleme der Altcoins zu sprechen kommen. Denn da gibt es Probleme. Es gibt Risiken bei Altcoins. Und da möchte ich einfach mal Klartext sprechen. Weil ich auch das Gefühl habe, dass einige wirklich overinvested in Altcoins sind. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Falls du das gerne sehen möchtest, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann sehe ich natürlich auch die Dringlichkeit. Ansonsten hoffe ich, du konntest einen Mehrwert draus ziehen. Schreib du mir mal gerne deine Meinung zu dem Bitcoin-Thema in die Kommentare rein. Siehst du das wie ich oder bist du da anderer Meinung? Ich bin unglaublich gespannt und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Hoffentlich unaufgeregt. Bis dahin. Peace out.